Hallo, ich bin Ramona und ich bin super glücklich und dankbar dafür, dass ich Teil des Omilia-Kurses Freude vermitteln sein durfte. Wir hatten ein wahnsinnig nettes Team und mit Julia eine super kompetente Ansprechperson, die uns all ihr Wissen vermittelt hat. Die Kombination aus Theorie und Praxis fand ich super, denn so konnte man alles anwenden, was man in der Woche davor gehört hatte. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, vor allem im Austausch mit den anderen Kursteilnehmern und fühle mich super vorbereitet auf alle Aufgaben, die auf mich als freie Rednerin zukommen. Und vor allem freue ich mich auf alle Paare. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das ganze Omilia-Team. Tschüss!